Ach, ich muss die da auch irgendwie loswerden. Na, das ging aber. Ich darf nur nicht auf diese Spikes treten. Ui, das ging noch besser. So, gleich haben wir schon die ersten 25 von den Typen weg. Oh Mann. Kann der da schießen? Ich glaube nicht, sonst hätte er das, glaube ich, schon längst getan. Wow. Ja, zu denen komme ich später. Dann laufe ich einfach mal durchs Schloss durch. Man kann ja einmal außenrum komplett um die Mauern rumlaufen. Das wäre vielleicht sogar besser. Ah, toll. Das Doof ist nur, dass es nicht geht. Weil die Fahrstühle noch nicht an sind. Nein. Es wäre... Was jetzt? Es wäre nämlich tatsächlich besser... Kann der schießen? Es wäre nämlich tatsächlich besser, wenn ich erst oben rumlaufen würde. Weil dann könnte ich die ja schön von oben alle abschießen. Aber dazu möchte ich den Fahrstuhl erstmal aktivieren. Und wie das geht, weiß ich nicht. Und die ganze Burg ist voller dieser Stacheln. Das hilft auch nicht wirklich. Hier müsste irgendwo was versteckt sein. Vielleicht läuft er mal auch so ein Zacken drauf. Na komm, komm. Irgendwann kommt er schon raus. Das da hilft nicht. Jetzt muss ich nämlich um die auch noch... Ach, nicht schon wieder. Super, das war der Falte. So. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach hey, hier gibt es wirklich Gegner für drei Leute. Ist das der Richtige gewesen? Nein. Du bist der Richtige. Komm her. Na komm her. Die anderen sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Gut, das ist besser. Schon 33 von denen weg. Und hier muss man echt aufpassen auf diese Zacken, die hier überall sind im Boot. Das nervt schon ganz schön. Aber man merkt, die Schwierigkeitsgrad nimmt doch zu. Also es kommen immer mehr von den Schlangen, die ich gerne als Wachen bezeichne. Es kommen immer mehr von diesen Dark Bishops und noch mehr von diesen Slaughter Towers, die halt schießen können. Ah, okay. Der ist beschäftigt. Ach, mitten ins Gesicht, toll. Und dabei darf ich nicht auf... Nicht... Dabei muss ich aufpassen, dass ich nicht in diese Stacheln reinlege. Komm, das muss ich den Richtigen erwischen. Wie, da sind wir noch nicht fertig. Gut, endlich. Dann kann ich jetzt hier draußen das grüne Mana mitnehmen. Man könnte erst denken, dass es ganz schön viel, was hier rum liegt. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es nicht so viel. Oh, der hat überlebt. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, aber... Ich habe schon immer so viel Lebenspunkte verloren. Also ohne diesen Stab wäre ich dann doch teilweise aufgeschmissen, weil der braucht ja bloß einen Mana zum Angreifen, aber gibt einem dafür auch wirklich einiges an Lebensenergie zurück. Das lohnt sich. Ohne den hat man es dann doch schwerer. Gut, der Fighter hat natürlich auch mehr Rüstung. Das heißt, der kann auch einiges mehr einstecken. Aber trotzdem, der ist hier halt auch nicht der Fernkämpfer. Das heißt, der hat das auch nicht unbedingt leichter. Ja, super. Das war knapp. So, komm her. Ein ewiges Gekloppe hier drin. Juhu, der ist weg. Da drin ist es echt finster wie in einem Loch. Gibt es ja nicht. Ich sehe gar nichts drin. Gut, das ist auch Sinn der Sache, weil da drin gibt es nämlich eine Falle. Ich bin mir jedenfalls noch relativ sicher, dass da eine Falle gibt. Muss eigentlich, weil... Ach so, ja. Hier gibt es auch wieder, das ist das neue Hub. Obwohl, gibt es hier Unterlevel? Das weiß ich noch nicht mal genau. So direkte Unterlevel, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich treffe ihn noch nicht, das gibt es ja nicht. Ja, endlich. Auf jeden Fall muss man in diesen Turm, um den sich alles dreht... Ne, das ist er noch nicht mal. Das ist dieser angeblich Turm aus schwarzem Stein. Gut, das ist irgendwie kein schwarzer Stein, wie man sieht. Auf jeden Fall. Da muss man eben diese... Diese Gears einsammeln. Diese Metal Gears. Nein, die... Die irgendwelche Zahnräder und die kann man irgendwo in eine Uhr reinpacken. Was auch immer das für einen Sinn macht. Und dann passiert irgendwas. Was ist das? Autsch. Komm her. Endlich komme ich auch so dran. Was ist hier drüben? Irgendwas? Nein. Noch einer. Das hat ja gerade gefehlt. Ja, super. Also erstmal werde ich dich jetzt los. Ach, du Schande, ey. Das hört ja gar nicht mehr auf. Gehen wir aus dem Weg. Hier hinten gibt es noch mehr. Aber hier gibt es bestimmt auch irgendwo... Ach, nee. Toll. Nein. Komm, du mal her. Wieder aufladen. Super. Äh. Hier gibt es auf jeden Fall... Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas gibt es hier. Ach, nee. Hier ist nur der Ausgang. Es gibt dann noch mehr von diesen Seitengängen mit... Ach, komm. Jetzt kriegst du es so. Seitengänge mit noch mehr Fallen. Ach, hier ist dieser Turm übrigens. Äh, mit der... Mit der Uhr. Das ist kein Turm. Das ist einfach nur ein Raum mit einer Uhr drin. Irgendwie ein Uhrwerk. Das macht keinen Sinn. Warum sollte in so einem Schloss so eine Riesenuhr sein? Und warum setzt hier auch noch andere Sachen in Gang? Der schließt sich mir wirklich nicht. Noch. Und wer parkt diese ganzen Viecher hier? Ich meine, wenn es ja wenigstens irgendwas wäre... Irgendwelche Viecher, die irgendwas können. Die irgendwas im Hirn haben. Aber die können ja gar nichts. Was macht das für einen Sinn, dass die hier sind? Dann nehme ich mal so ein Ding mit. Ja. Und das ist die Uhr. Nein, nein, nein. Aber es ist wahrscheinlich für damalige Verhältnisse echt abgefahren gewesen. Ich weiß es nicht. Diese Technik. Ich meine, verglichen mit Doom ist das natürlich schon mal eine ganze Ecke besser. Das ist übrigens der Hinterausgang vom Tor. Ähm, vom Schloss. Ich meine, bei Doom gab es wirklich... Ja gut, es gab irgendwelche Fallen und Türen und sowas, aber sonst gab es da wirklich gar nichts. Und hier mit diesen Skripten, die da so ablaufen, diese... Solche Sachen eben wie diese Uhr und sowas, das ist eben schon wesentlich abgefahrener gewesen als Doom. Ja gut, obwohl es eigentlich auch nur eine andere Abfolge von Schaltern für Türen waren. Ne? Weil letztendlich passiert auch nichts anderes. Ja gut, wie das eine Mal, wo die Gegner durch die Fenster kamen. Gut, das war ein bisschen besser, aber... Sonst... Okay, hier ist einfach nur alles voll von Viechern. Oh nein, hier ist ich auch noch. Alter, was? Warum nehme ich denn weg? So, ich lade mich schön auf und direkt dahinter trete ich in so eine Zacke rein. So, du bist weg. Kommt da noch mehr? Ja, klar. So. Ja gut, okay, ich habe ja noch Craters of Might, wenn es Heart of Heart kommt. Jetzt diese Schalter hier muss ich drücken. Ich glaube, damit aktiviere ich die... Diese... Oh nein. Aktiviere ich diese Fahrstühle außenrum. Ich bin aber nicht sicher und ich weiß noch nicht, ob hier da drüben... Oh, auf mich schießt. Komm, einmal noch. So sieht's aus. Hier? Nein. Um die ganze Burg drumherum muss ich halt gucken. Da sind irgendwelche Schalter. Hier hinten. Auch hier. Ach, herrje. Nee, das reicht noch nicht. Ich sollte trotzdem ab und zu mal speichern. Da ist noch ein. Nein, da ist keiner. Das ist nur ein Effort gelesen. Die mache ich aber auch gleich von hier unten platt. Ich glaube, im Original war das sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man die Typen ja von unten kaum sehen konnte. Ja gut, hoch und runter gucken ging ja auch. So 45 Grad ungefähr, aber... Nicht mehr als das. Ach ja, und hier ist auch schon so ein Portal... ...was irgendwo hinführt, was ich nicht weiß, wohin. Ich glaube, komm raus. Sack. Boah, die Burg ist einfach nur riesig und es gibt einfach nur so fast unendlich Gegner. Das ist einfach nur heftig sinnloses Klopp. Also von daher ist es vielleicht als LP nicht so gut unbedingt den schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu nehmen. Welcher von euch war es denn jetzt? Ach, ist mir egal. Ich weiß, was. Weil, dann dauert es einfach nur unheimlich viel länger. Ach Mist, da oben ist er. Ich meine, das ist natürlich irgendwann mal interessant, mal auch eine Herausforderung, ob man es denn schafft. Weil das ist ja nicht sicher. Na, komm her. Du hast hier aber auch mal so viel aushalten müssen. So, jetzt bist du dran. Ist genug für alle da. Oh, es ist nicht mehr genug für alle da. Das Mana ist schon fast alle. Nein, hier ist nichts. Aber die kann ich zum Glück auch öfter treffen, weil die einfach die ganze Zeit am Schießen sind und deswegen gehen da manchmal auch mehrfach Treffer. So, super. Hier war ich schon... Oh nein, noch mehr. Ja gut, es gibt ja wie gesagt die Crater of Might. Das heißt, damit kann ich ja immer noch zu Null mich retten, wenn ich gar keinen Mana mehr habe. Was gleich der Fall sein wird. Hier hinten. Ja. Jetzt ist es gleich soweit. Gleich habe ich es. Hier, das bringt mir nichts mehr. Nein. 101 von 120 schon besiegt. Ach du Schande. Das ist ja ein sinnloses Gekloppe hier. Gehen die jetzt? Nein, die gehen immer noch nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber... Und die kommen natürlich auch noch die ganze Zeit neu rein. Super. Also da schon 16 Minuten rum sind. Wenn alle 4 Minuten was Neues kommt, dann sind hier schon... ...bestimmt wieder 12 oder 15 oder sowas neue Etits kommen. Obwohl ich nicht weiß, ob da wirklich dauernd neue kommen. Wenn da die anderen noch leben, wahrscheinlich nicht. Halt. Das ist nicht gut. Wie gesagt, ich spare mir die Items gerne auf, solange es geht. Na gut, theoretisch könnte ich ja die ganze Zeit auch mit der Waffe rumprügeln. Aber das ist irgendwie doof. Ah. Ah, noch mehr Mana. Das ist gut. Ich befürchte aber, dass da auch in den Rüstungen noch mehr von diesen blöden Zauberern sind. Eiei, ich drücke als die Renntaste. Langsam tut es weh. Oh, jetzt habe ich das Ding angemacht. Was da drin für Sachen rumfliegen? Irgendwelche Morgenstern-Dinger? Eispfeile? Die ganze Speere? Irgendwelche Darts? Das ist total krank. Ich weiß nicht, ob die auch getroffen werden davon? Wahrscheinlich schon. Und dann spare ich mir die Munition. Haha, er wurde verwandelt in ein Schwein. Bäm. Oh, das hat gesessen. Das hat sich ja wehgetan. Ich muss nur dazu bringen, dass er auch zu mir runterkommt. Oder so. Oh. Da hat er aber Schwein gehabt. Höhöh. Ah, so geht's auch. Okay, dann muss ich da jetzt einfach nur mal durchrennen und schwupps. Glück gehabt. Ich kann übrigens auch in ein Schwein verwandelt werden. Das ist ziemlich abgefahren. Das Tolle ist, ich bin dann ganz klein. Und das Blöde ist nur, dass ich eigentlich nichts mehr machen kann. Ui. Mana voll. Naja, nicht ganz, aber genug Mana für alle. Was passiert jetzt? Da oben ist ein Levelausgang übrigens. Das ist quasi wie so ein Unterlevel, wo ich da hinkomme. Also ein Unterhaff sozusagen. Ich muss jetzt hier erstmal diese ganzen Gears einsammeln, diese Zahnräder. Und doch, die vier Zahnräder müsste ich eigentlich in der Burg kriegen können. Zum Beispiel hier. Aber ich weiß auch, dass hier überall Viecher gleich rauskommen. Ich renne einfach raus. Super. Ja, nur wenn man es nicht weiß, dann erschreckt man sich wahrscheinlich immer. Weil es ja auch komplett schwarz ist, man sieht ja nichts. Okay, da hilft wirklich gar nichts. Das ist einfach nur Finstern im Loch. Punkt, das war's schon. Gut. Wenigstens noch ein bisschen Mana. Nein. So, kann das lang gelaufen. Oh, da läuft. Oh, da läuft was. Ich weiß nicht, ob ich die nicht einfach stehen lasse, weil die kommen ja wirklich dauernd wieder. Ach, wir machen es anders. Komm, ein bisschen Spaß. Aber er schafft es noch nicht mal da oben drauf zu laufen. Das ist doof. Was für Trottel. Das wäre ja wenigstens mal lustig gewesen, wenn er da oben in diese... In diese... In diese Bälle da reinläuft. Wenn er zum Schweinchen wird oder sowas. Hm, wo war ich denn noch nicht? Da drin war ich noch nicht. Das ist übrigens auch eine Falle. Wen überrascht es? Ah, Mana, Mana ist gut. Das hier gibt gleich Feuerbälle. Ich weiß nicht, ob noch mehr Gegner kommen. Warum? Seht ihr nichts? Ah, oder ich habe außenrum vielleicht einen Schalter vergessen. Ich weiß nicht, ob ich die drücken muss. Gibt es drinnen auch noch Schalter? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht das auch überhaupt erst ganz später. Das weiß ich jetzt gar nicht. Hm, einfach mal rumgucken. Da, da, dumm. Du bist einfach dumm. Dumm, dumm, dumm. Ne, da drin ist sicher nichts. Äh. Ich würde die Fahrstühle jetzt gehen. Aber ich höre auch nichts. Da links war ich. Oh, doch, 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 doch. Da bewegt sich was. Jetzt kann ich oben rum. Hoffentlich bringt das was. Ah, ich glaube, ich muss hier oben noch jede Menge von diesen Schaltern betätigen. Zum Glück habe ich von außen schon einiges von dem Viehzeug platt gemacht. Sonst wäre es echt nervig. Hier kann man übrigens bis nach Bagdad fallen. Genau, diese ganzen Schalter hier. Die da habe ich genug. Dann laufe ich jetzt einfach außen rum. Das geht jetzt noch einigermaßen schnell, weil die gefährlichen Viecher sind eh schon alle tot. Und die hier sind einfach nur doof. Komm, viel Spaß. Ich nehme auch das mit dem Schalter. Oh. Vielleicht noch mehr von euch. Ich dachte, ihr hättet genug was noch mehr. Ja, die dürften sich jetzt wahrscheinlich alle so mehr oder weniger auf einem Punkt getroffen haben. Was das leichter für mich macht. So, Mana ist wieder voll. Das ist witzig. Wenn man es einmal nach oben geschafft hat, ist man ja fast wieder voll. Super. Aber ich bin schon einmal rum. Rumgehüpft. Ne, die Richtung stimmt noch. Okay. Da dürfte es eigentlich sonst nichts mehr geben. Obwohl, ich habe festgestellt, es gibt im Spiel tatsächlich noch ab und zu Stellen, die ich noch nicht kenne. Na gut. Einige von den Sachen habe ich auch erst später nachgelesen, weil ich das vorher einfach nicht wusste. Zum Beispiel gibt es dann im Add-on irgendwo noch ein Geheimlevel, wo ich mir immer gedacht habe, wie komme ich da bloß hin? Und als ich das dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wie soll man das finden? Oh, kommst du her. Na super, ich kann einfach nur über ihn schon drüber schießen und er schafft es aber, mich zu treffen. Komm, weg. So, hat das jetzt was gebracht? Hat das jetzt gerecht? Ich weiß nicht. Hier gibt es ein Amulett, das ist gut. Hm. Na gut, ganz hinten gab es ja auch schon... Ach ja, jetzt, das ist es. Aha. Na gut, das ist, glaube ich, nicht so spektakulär. Äh, abgesehen davon, dass mir das wahrscheinlich mächtig den Arsch verbrennt. Super, ja, ich nehme alles mit. Na, ich könnte mich jetzt auch oben wieder aufladen. Äh. Da habe ich mir keine Lust zu. Habe ich jetzt alle vier Gears? Jo, habe ich schon, das ist gut. Wo war das hier hinten? Genau, jetzt kann ich die hier nämlich aufmachen, das nehme ich jetzt auch mit. Zack, 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 zack. Ich brauche auch gar nicht gucken, hier oben steht zwar, was wohin gehört. Ich drücke einfach Leertaste und benutze ihn und dann geht das los. Die Plattform ist höher als die Tower. Ja, abgefahren, die Uhr bewegt sich. Es macht überhaupt keinen Sinn, was sie macht, weil... Alle dreiviertel Stunde geht der Stundenzeiger weiter. Super. Gut. Aber in dem Turm, wo eben diese ganze Schießerei war mit den Zauberern und wo die es... Da. Da hinten ist jetzt die Plattform runtergekommen. Das heißt, da oben kann man jetzt hin. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich zuerst... Ah, toll. Prügeltrupps hier. Dann ziehe ich mir schon wieder Sachen ein. Dann ist ja wieder Prügeltrupp von der Schutzstaffel. Alle sind braun und alle kommen immer mehr. Na gut. Wo muss ich hin? Ich wollte eigentlich mal nach andere Richtung. Wenn ich ganz außen gehe, könnte ich da hinten mal in das Portal reingehen und mal gucken, was da abläuft. Genau. Hier, hier. Da hinten, da will ich hin. Warum habe ich... Achso, genau. Das hier mal auswählen und dann ist super. Wo fügt das denn hin? Weil ich muss auf jeden Fall da drinnen auch rein. Oh Mann. Das ist echt stark. Man kann das ganze Schloss einmal leer prügeln. Und zehn Minuten später ist es schon wieder voll bevölkert. Das ist echt super. So. Und, äh... Ja, mal gucken, wo es hingeht. Das sind Forsaken Outposts. Ach, das ist das, was ich vermutet hatte. In einem der Level aus den vorigen Hubs haben wir irgendwo einen Schalter gedrückt und der hat hier drin irgendwas verändert. Ich weiß nicht, was es verändert hat. Irgendwie ist hier wohl was aufgegangen, dass wir jetzt irgendwas finden können, was vorhin nicht ging. Ich weiß es nicht. Oder ob wir jetzt überhaupt erst in der Lage sind, das Geheimlevel von dem Hub zu finden. Wenn es denn eins gibt. Ich glaube, es gibt zu jedem Hub eins. Ich weiß es aber nicht. Kann ich nur vermuten. Er versteckt sich. Er ist ein Gangster. Komm, plock den Oskar. So, dich habe ich. Oh nein, da drüben. Noch mehr von denen. Ich könnte dir noch ein paar Geister einfach rüberschicken. Dann haben sie eine Menge Spaß. Doch, Mana ist ja da. Super. Oder? Was ist das hier?